So, meine Lieben, wir haben es fast geschafft. Das Jahr ist fast rum. Ja, die letzten Minuten sind noch geblieben. Ich hoffe, es war ein erfolgreiches Jahr für euch. Für das Studio IronBegin war es auf jeden Fall. Damit möchte ich nochmal hier an dieser Stelle bei allen bedanken. Bei meinen Mitgliedern, bei Freunden, bei Verwandten. Ja, die guten Vorsätze für 2015, die sind für das Studio auf jeden Fall Disziplin, Ehrgeiz und noch erfolgreicher zu werden. Ich hoffe, das ist auch eure. Ja, und somit würde ich sagen, stoßen wir aufs neue Jahr an. Alles Gute und guten Rutsch. Prost!